Hallo Adman, hallo Wussi, Paupera und viele anderen hier. Herr, ich will dir mal was sagen, der ist nicht korrekt, was man. Wir sind jetzt auch nicht Meinung, aber dazu einfach ein Wussi reinsteckt. Oh, Mami, Mami, Mann. Jetzt frage ich dich mal, warum, warum noch? Warum hast du nicht mal, ey? Ich bin ein bisschen müde, weißt du? Also, ich sage es so. Ich bin nicht Meinung, weil ich schreibe mal einen Tag von ihm in den Satz. Ja, er sollst du dir sehen, durch die Zeitnahme. Ich bin nicht dafür, was du in den Satz und den Plastik reinsteckst. Ja, ich habe eine bessere Idee. Aber das musst du jetzt, sonst jetzt. Aber dass du ihn einfach reinsteckst, ihn Backpoint reinsteckst. Und ich bitte, ich gebe dir mal eine Einsfrage. Der Mann scharf, na. Ich bin, na. Und du, sagst du einfach. So, wenn der N-Ton hat Hydranom. Rot sieht, fliegt der immer rum. Und dann viel anderes. Aber das du, äh, na. Ich sage so. Wenn du, ich wär, äh, na. Dann schaff, na. Und das, äh, na. Und das will ich jetzt sagen. Du kannst je Zeit, äh, na. Aber dass du einfach, du, äh, äh, in den Fängnis reinsteckst. Und, äh, nicht rauskommst. Hm, hm, hm. Jetzt sehen. Nö. Das ist falsch. Ich zieh nicht rein. Und das wird mal machen. Du weißt. Du weißt. Er, äh, äh. Er hat, äh. Er hat den Fall gebaut. Weil er denkt. Ja. Warum? Nur. Genau. Und, äh. Warum nur. Teilfach. Frag dich mal selbst. Der Mann Schaffner. Warum? Weil er denkt. Ja. Und jetzt jetzt. Frag dich mal. Ja. 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 Warum denkst du nicht mal nach. Und sagt. Ok. Ich lasse diese zwei Stunden frei. Dann musst du einen Hof bauen. Ja. So, und jetzt mal einmal, ich geb dir einen Rat, den Mann da. Danke fürs Zuhören, euch, und vielen Dank, nach dir jetzt noch, äh, find uns, naja, tschüss.